Kommen Sie doch zu Borderlands, das ist das Free Secret mit Flash Mit Centus dem Claptrap! Ach ne, das bin ich ja So, jetzt gehts weiter ins Abenteuer Wir cutten jetzt immer nach ne halben Stunde, weil Centus ein kleines Missgeschick hatte Nicht wirklich da Auf, ich warte nochmal Genau so Wenn ihr die seht, habt ihr die vielleicht doch gesehen, kann sein Da bist du Da bist du So ist gut Oh, ich hasse wenn die fliegen Muss doch nicht die Treffen Centus Nicht voll Weil wir da immer abholen, der Wichser Hinter dir, hinter dir Wieso ist der hier? Danke Autsch Wo krieg ich den Elektroschub denn her? Von oben Arschloch Alles seine Schubbisch Boah Die sind so scheiße zu treffen, ne? Ja, wenn die fliegen, ich weiß Aber ich friere die mal ein, dann ist das ganz okay Ja Na Na komm her Oh Oh Wieso drück ich immer endlich die Tiro Na nicht Wo da nicht nachladen Oh, gepanzerte Overlock Hey Wenigsten Eisklumpen, die alte Sau Und Nimm das So, jetzt haben wir noch die beiden Faggots und dann war es glaube ich Kann sein, ne? Kann sein, ne? Nimm ich den da hinten Weißt du den da unten? Alles klar Bist schon weg So, ich würde sagen, wir gucken erstmal Karte Das eine wäre da hinten direkt, und das andere ist am Arsch der Welt Okay, dann wäre es passieren da näher ist Oh, das ist gar nicht hier Oh, oh Atmosphäre Ach, du brauchst eine Atmosphäre, ne? Wo bist du? Ich bin weiter voraus Ja, ich bin gerade reingegangen Ach so, ja, okay Dann kümm ich erst Ach, diese alten Pilze dann, ne? Ja, ja Die alten Pilze, die nerven Vielleicht ist hier irgendwas dran Naja, hier noch ein bisschen Geld, 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 das ist hier egal Geld, Geld, Geld Pilze Was ist denn Pilz? Pilzeaaa Wir kommen dann hier in den Hof Kommission Nudition Wo alle mit drin Hehehe Da unten war nämlich auch noch was Als du mir in den Hecht Ja Wow Wetter Was denn? Hehehe Yo Oh, geh weg Ah, ich hab wieder Amoklauf Viel mehr Es ist egal, wie weit ich Hecht Flash Habe ich dir letztes Mal schon erzählt Ja? Ja Egal, mein Schatz Hat einen Vorteil Ohne gepanzerte Wichser Krieg ich damit Wenigstens durchgehend kaputt Ich brauch nicht Das Haus haven't Ohne Ich hab auf seinen Kopf gerotzt Wer hat auf den Kopf gerotzt? nicht bei ihm als komm doch her ey du fette Sau fette Sau ah nein ich sterb gleich wirklich Centos helf mir tschüss oh was kommt jetzt ja oh alter das Ding ist immer noch da von dem geschuldenen Dahlfighter kümmere ich mich aber grad schon drum na ist down oh alter was denn ich versuche da mal ein bisschen runter zu pushen wir müssen jetzt ja ok das war es geben äh belebe mich mal wieder ja mach ich doch schon bin doch schon dabei wow alter was war das was denn von den Gegner hinter uns oh ne noch ein bad ass das ist weil du mir den ihm geklaut hast ich hab den nicht geklaut ich hab den nicht mehr ich hab den nicht mehr angeschossen du hast den letzten Schuss gemacht ich hab gar nichts mehr drauf geschossen ich hab danach losgelassen naja ja du hast den aber noch getroffen alter was war das grad für ein elektro ding kleiner penis ja ja wackel 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 komm jetzt hopp ich will wieder schießen ach hier hinten ey ernsthaft du musst auch mal die Munition einkaufen ja hatte keine mehr ich weiß nicht warum nein du weißt nicht warum ist irgendwas passiert wer setzt denn diese scheiß Fähigkeit einfach das ist random ja und mir doch egal ich hab jetzt eine andere Überraschung mit verdammt hätte er klappen können jetzt reicht's und nein das ist doch nicht wahr schon wieder boah jetzt nehm ich Raketenwerfer ey jawoll jetzt pass mal auf Doppelraketenwerfer wenn ich treffe ja ich muss jetzt wechseln ich muss auch grad wechseln machen denn ich schieße wegen dir ey dafür gar nicht aber für die Äxte kann ich nichts das ist die Äxte des Todes ach laber nicht aber beim Boss ist sie gar nicht mal schlecht ne laber nicht ne ach sie nervig ey laber nicht ich würd die ja gern zumindest ausschalten ja halt nur nicht gern glaub ich ne ach muss ja grad auslaufen weg geht vorsichter und dann naja ich muss ja im wache wechseln ich hab keine Raketen dinge mehr mir egal mir egal mir ein blaster wenig spaß da mann immer nie mann immer nie mann ist gut ich war gar nicht so viel money zum spielen ne schon sein gut oh jau haben wir aber auch jetzt schon wieder ne schon wieder so ein gepanzerter Overlord ey was ist mit denen los heute oh was kommt jetzt für ein Exit bitte nicht so ne auch volle Gesundheit Ju- geht ja einigermaßen die finde sie wie wir immer abhole müssen ne ja ey das macht's aber aus hier in diesem Weltahn ah ja da kommt noch einer ja dann hier auch noch peter ist schon wieder hier sind hier dann und schade sind immer wichtig immer ganz schnell und einsamig sicher aber hier